Hey, das Ding hier hat ja ganz schön Rhythmus im Blut. Auch wenn man nicht richtig weiß, wo hinten und vorne ist. Was aussieht wie ein grooviges welkes Blatt, ist eigentlich ein Insekt. Eine sogenannte wandelnde Geige. Musik machen können sie zwar nicht, aber dafür sich perfekt tarnen. Mit ihren Moves imitieren sie die Bewegung eines Blattes im Wind. Und so schützen sie sich vor Fressfeinden wie zum Beispiel Spinnentieren. Anders als die Weibchen können die Männchen auch wegfliegen. Das außergewöhnliche Insekt kommt vor allem in Südasien vor und wird durchschnittlich ca. 8 cm groß. Auf ihrer Speisekarte stehen vor allem Fluginsekten. Die vorbeifliegende ahnungslose Beute schnappen sie mit ihren Fangbeinen. Den Namen verdankt die wandelnde Geige ihrem Körperbau, der an das Musikinstrument erinnert. Naja, mit ordentlich Fantasie vielleicht.